Ja, das war der Grund, dieser eine Moment, warum ich Lehrer geworden bin, warum kann es nicht immer so sein? Müssen wir immer alles so hinnehmen, wie es ist? Wie kann ich wirklich etwas bewirken? Allein? Da sind so viele unterschiedliche Probleme. Probleme, die jeden Einzelnen von uns betreffen. Und doch stehen wir mit ihnen ganz alleine da. Wir alle sind betroffen. Können wir nicht gemeinsam eine Lösung finden? Warum arbeiten wir nicht zusammen? Warum unterstützen wir uns nicht gegenseitig? Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Weg. Zusammen können wir unsere Ziele Wirklichkeit werden lassen. Gemeinsam statt einsam. Für ein neues Miteinander. Abonnant фильм. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020